So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Ja, hier am Pier, sag ich mal. Und ja, wir sind in der Nähe des Luxusbunkers. Ich hab's ja versprochen, wir machen heute Luxusbunker. Oh, aber wir müssen erstmal was essen. Ohne Essen, oh Gott, schon wieder verrottet. Ach herrje, Leute, das ist doch kacke. Ja, wie immer halt, Leute. Wie immer verrottet. Super, prima. Könnten wir uns eigentlich noch kurz ein Feuerchen machen, oder? Bevor wir dann in den Luxusbunker reingehen. Und ja, wie gesagt, wir sind hier jetzt am Pier im Moment. Ja, also hier kamen wohl, ja, die ganzen Luxusleute an. Und er ging dann vermutlich in den Luxusbunker. Aber dann habt ihr den quasi auch mal gesehen. Komm, ich mach nur schnell ein Feuerchen, Leute. So, zack, wunderbar. Und dann quatschen wir noch ein bisschen. Ja. So, lalala. Und dann hauen wir mal alles drauf, was wir hier haben. Ja. So, ich hoffe, sie haben's noch nicht geändert. Ich hoffe, wir können den wieder haltbar machen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen hier da, ne, ihr wisst schon, Elffleisch. Ja. So, Feuer ist voll. Mehr passt nicht rauf. Alles klar. So, zack, zack, zack. Sehr schön. Das war zumindest wieder ein bisschen was zu essen am Start haben jetzt, ne, oder? So, also wie gesagt, Leute, da vorne ist der Luxusbunker. Da gehen wir gleich hin. Den werden wir heute machen. Ich hab's versprochen. Und, ähm, ja, ich hab grad The Outlast Trides aufgenommen. Da wird's heute auch eine Folge geben. 20 Uhr, kommt die wieder raus, Leute. Und, äh, gestern hätt's eigentlich auch schon eine geben sollen, aber da gab's diverse Probleme, ja. Aber das erzähl ich euch am Anfang der Folge von The Outlast Trials. Weil hier soll's ja jetzt um, äh, The Forest gehen, Leute. So, ähm, zack, zack, zack. So, bloß, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, ja. Es hätte eigentlich gestern eine geben sollen, ne. Ich weiß, wahrscheinlich haben viele drauf gewartet. Aber, ja, es gab da diverse Probleme. Die spreche ich aber in der Folge heute an, ja. 20 Uhr, wie gesagt, äh, kommt dann, äh, ja, The Outlast Trials, Leute. Und ganz ehrlich, jetzt nach The Outlast Trials ist alles, glaub ich, totale Entspannung, was wir hier machen, ja. Bunker, Höhle, völlig egal, was ich jetzt spiele, Leute. Das ist einfach nur noch pure Entspannung, ehrlich. Boah, das Spiel ist so heftig. Und scheiß, ja. Deswegen, ich freue mich jetzt quasi so ein bisschen, ja, äh, gechillt hier Buka zu machen. So, zack. Sehr schön. Kommt her, Freunde. Kommt, schön zu mir, kommt, schön zu mir, kommt. Putt, putt, putt. Zack, und weg damit. Und der Nächste. Hallo, wir hatten noch nicht, wer will nochmal, ja. Hallo, guten Tag. Oh, ist aber traurig, ne. Das ist aber blöd. Ja, tschüss, ja, kann passieren. Entschuldigung. So, zack. Zack, Leute, ich bin normalerweise echt mega Pazifist, ohne Witz. Ja, aber hier im Spiel ist es mir scheißegal. Und die gehen mir mega auf den GX, wirklich. Die gehen mir richtig auf den Sack. So, zack, so. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ab Richtung Luxusbunker. Wie gesagt, ne, hier kam wohl, da gab es auch einen Hubschrauberlandeplatz und, und, und. Und da kamen wohl, ja, die ganzen reichen Geldsäcke an, Freunde, ja. Da kamen die wohl alle an, ne, und haben dann hier, was weiß ich, was auf der Insel gemacht. Keine Ahnung. Meditiert oder, äh, ich weiß es nicht. Kein Plan. Keine Ahnung, ja. Riegelpiz mit anfassen. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. Und warum? Wir werden es noch rausfinden. Vielleicht. Mal gucken. Ist auch egal, Leute. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall schön in den Luxusbunker. Ich freue mich. Ich habe Bock. Und wie gesagt, nach der Outlast Trials. Ey, die pure Entspannung, glaube ich. Ich glaube zumindest mal. Kann natürlich auch sein, hier wird es jetzt auch heftig. Ich weiß es nicht. Weil Luxusbunker, ähm, das ist ja schon ziemlich das Ende. Noch nicht ganz, ne. Aber ziemlich am Ende der Story. Also ich will jetzt mal noch nichts, noch nicht irgendwie jetzt, ne, große Klappe haben. Und nachher verkacke ich hier total. Warte, Kevin, guck mal, da ist ja der Herr Kellner. Was machst du hier wieder, Freund? Was ist denn los? Mann, rennt uns doch nicht immer hinterher. Was ist denn los mit dir, mein Freund? So, zack. Okay, alles klar. Ab in den Luxus. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin mega gespannt. Wir erinnern uns, ne, in der einen Folge im Wohnbunker. Da haben wir ja auf dem Monitor, äh, haben wir jemanden gesehen. Ja, der hier rein wollte. Das sollte wohl der Timmy sein, ja. Und, äh, den haben wir hier reingelassen. Erinnert ihr euch? Da haben wir doch einem irgendwie eine Doppeltür aufgemacht, wo ich nur gedacht habe, ach du Scheiße. Wenn wir den jetzt reinlassen, der überfällt uns bestimmt gleich. Aber es war ein ganz anderer Bunker. Das war nämlich der. Und deswegen ist es nämlich wichtig, ja, äh, ups, dass man im Wohnbunker das hier auch wirklich aufmacht. Ja, weil sonst kommt man nämlich nicht weiter. Das ist nämlich das Problem. So, was ist denn, einmal noch kurz hier gucken. Was ist denn mit unseren ganzen blöden, äh, Schrotflintenerweiterungen passiert? Warum sind denn die eigentlich alle weg? Ja, und wo sind die hin? Warum haben wir den auf einmal gar nicht mehr? Ist das irgendwie ein Fehler oder so, Leute? Ey, wir hatten die doch komplett mit irgendwelchen Erweiterungen. So, Schrotflintenaufsatz. Wir hatten doch auch eine Taschenlampe und, und, und. Ey, das war so chillig mit dem Ding. Aber das ist alles weg. Habt ihr gesehen? Das ist gar nicht mehr da? Keine Ahnung. Bei mir passieren immer merkwürdige Dinge, die es für mich immer schwieriger machen, das blöde Spiel zu spielen. Ja? So. Nee? Wir haben auch den Taschenlampenaufsatz nicht mehr. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Alter, das ist merkwürdig, oder? Warum passieren immer bei mir so blöde Sachen? Egal. Na gut. Dann, äh, ja, halt so, oder? Was soll ich machen? Jetzt ist es halt so. Völlig Wurst. So, Leute. Erstmal, wir gucken mal. Okay, da geht's nicht weiter. Oh. Da hatte ich einen Leck. Entschuldigung. So, jetzt aber. Zack, zack, zack. So. Ah, ey. Wir brauchen ein bisschen Ladezeit kurz, oder? Ich sag's ja immer wieder. Mein Rechner ist nicht mehr der allerbeste. Ja? So. Aber ich glaub, der hat einfach jetzt ein bisschen Zeit gebraucht, ne? Bis er hier die ganzen Strukturen und so reingeladen hat. Jetzt scheint's wieder alles flüssig zu sein, Leute. So. Dann schauen wir mal, was der Luxusbunker zu bieten hat. Ich hoffe, erheblichen Luxus. Das wär toll. Erstmal Taschenlampe aus, weil die brauchen wir jetzt hier wirklich nicht im Moment. Dafür ist es ja nur hell genug. So, sieht aber schon mal aus, äh, wie, äh, beim Wohnbunker, ne? Da war das nicht anders, oder? Draht. Sehr schön. So, da sah doch der Eingangsbereich genauso aus, wisst ihr noch? Da war eine Wohnung. Ne? Da waren alles Wohnungen. Die sahen alle gleich aus. Ich glaub, es war der Wohnbunker, ne? Der so ausgesehen hat. Ach, du Scheiße, Leute. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Sekunde kurz, Sekunde kurz, Sekunde kurz. Eine Sekunde. Oh je, oh je, Leute. Oh je, oh je. Oh je. Aber irgendwie, im Moment ist noch wenig los, ne? Hä? Was ist denn da los? Ich hätte jetzt echt gedacht, das wird hier so richtig heftig, aber scheinbar ist das hier ganz entspannt, Leute. Hä? Warum ist das denn hier gerade so entspannt? Ich hab gedacht, hier geht's gleich richtig ab. Aber irgendwie. Und lootmäßig. Bis jetzt auch nicht gerade sehr ergiebig, oder? So, wir kamen. Wir kamen von da, ne? Oder? Nee. Hä? Warte mal. Wir kamen von da. Geht's hier irgendwo weiter vielleicht? Ich hab keine Ahnung, Leute. Was ist denn das hier? Hm. Das heißt aber nicht, ne? Nö. Ich dachte irgendwie so ein... Doppelter... Ja, so ein, keine Ahnung, so ein Spiegel oder sowas, wo man dahinter irgendwie dann durchkommt. Oder so eine Glasscheibe. Wo die vielleicht durchgeguckt haben, was beobachtet haben. Hä? Das macht mich jetzt aber schon ein bisschen stutzig, wenn man nicht von da kam, oder? Ich hab keine Ahnung, Leute. So, das aber, äh, das ist aber merkwürdig, ne? Und noch kein Gegner, das macht mich verrückt. Aber ich will nicht jammern, die werden schon noch früh genug kommen, oder? Hm. Die werden schon noch früh genug kommen. Also hier läuft auch noch Mucke, Freunde. Guckt mal. So, interessant, oder? Was haben wir denn da? Okay. Spannend, Leute. Sehr spannend. Überall. Ja, so ein Würfel, ne? Auch hier, Würfel. Würfel. Naja, das Motiv ist aber schon ein bisschen, also, ne? Da seid ihr schon ein bisschen einfallslos, Leute. Das muss man jetzt durchaus mal sagen. Okay, da kommt nix. So, hier haben wir noch, äh, okay. Können wir nicht nehmen. Die Frage ist, wohin? Ich hab im Moment, ehrlich gesagt, gar keinen Plan. La, 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 la. So, aber wir haben zumindest hier... ...kein Gegnerkontakt, ne? Hä? Das kann's doch noch nicht gewesen sein, oder? Leute. Ich werd irre. Hä? Warte mal. Irgendwas war ich doch falsch, oder? Was ist denn hier los? Halt... Ah, nee, von da. Hä? Warte mal kurz. Sind wir von da gekommen? Ey, ich hab mich jetzt schon wieder verlaufen, ne? Nach ein paar Minuten. So, hier waren wir ja gerade, ne? Hier? Ah, da geht's weiter. Alles klar. So, schauen wir mal, wo's da hingeht. Und... Boah, Alter, aber das ist schon, äh, luxuriös hier und geräumig, oder? Das ist hier also mehr als VIP, Freunde. Ganz ehrlich. Guckt euch das mal an. Boah, und schön. Mit der Pianomusik dazu. Boah, richtig atmosphärisch, oder? Buch gerettet. Nee, so weit sind wir noch nicht. Also gerettet sind wir noch nicht, Leute. Aber, vielleicht bald. Wer weiß. Mal gucken. Hehehehe. Boah, mega, oder? Ey, sieht schon richtig cool aus. Muss man wirklich sagen, oder? Alter, wie hübsch. Richtig hübsch und atmosphärisch. Also, ich find's cool. Ich find's mega. Boah, diese Pianomusik noch dazu. Absolut... Oh, oh, da hängt einer. Ach, herrje. Oh, die kommt hier wahrscheinlich aus dem Radio, ne? So, hier gibt's auf jeden Fall ordentlich Kohle und ordentlich Munition. Nehmen wir mal mit, Leute. So, und Mucke mach ich, glaub, auch mal aus, kurz. Ach, hey, guckt euch das an. Ach, hey. Die haben sich ganz schön hängen lassen, wa? So, warte mal. So, mach mal schön aus. Ähm. Ja, ich glaub, wir sind hier eh voll mit allem, ne? Oh, Handgranaten kann ich immer gut brauchen. Ich bin Handgranaten-Fan. Auf jeden Fall. So, Taschenlampe erstmal wieder aus. Ich brauch doch mal wieder ein paar Batterien. Alter, hat der sich hängen lassen, ne? Da guckst du mal. Da guckst du mal, Leute. So, ne Kacke. Ey, übel, oder? Richtig übel, Leute. So, da gibt's nochmal Lappen. Oh Gott, oh Gott. Aber bis jetzt ist es total entspannt hier, ne? Ich hab mir das viel schwieriger hier vorgestellt. Ich hab gedacht, wir kommen hier rein. Und kriegen von Anfang an schon mal ordentlich auf die Mütze. Dachte ich eigentlich. Ah je, Crosses, Burn, Dämonen. Ah, okay. Kreuze verbrennen Dämonen. Das ist ja super, das wissen wir schon. Hab ich lang gebraucht, ja? Bis ich das, äh, rausgefunden hab. So, Sekunde. Oh, nochmal Munition. Sehr schön. Oh, Topf. Einmal husten. Entschuldigung, bitte kurz. So, da bin ich wieder. Ach du Scheiße. Was war denn das für ein Geräusch? Oh Gott, oh Gott. Wo ist denn hier jemand? Oh Gott, Leute, ehrlich. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, wohin, ne? Oh Gott, das Bad. Guckt euch das mal an hier. Ach du Scheiße. Da ist ja alles kaputt, oder? Oh. Okay. Haben wir noch genug? Das bringt nix. So, Taschenlampe schnell wieder aus. Ach, herrje, Leute. Ja gut, aber wohin denn jetzt? Weißt du? Hm. Ja, bitte? So, von da kamen wir, glaube ich, ne? Ne, wir kamen von dort. Wo geht's denn da hin? Was haben wir hier? Hier ist nix, nix, nix. Vielleicht ist es auch noch nicht fertig. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Könnte ja sein. Oh, ne. Ich hab gedacht, da kriegen wir vielleicht irgendwie einen neuen Punkt oder sowas. Immer an den rangehen. Aber, nö. So, okay, Leute. Da ist der Luxusbunker. Aber, im Moment bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Hallo, guten Tag. Na, alles gut, Herr Kultist. Wie geht's Ihnen? Dankeschön. Wir können auch mal, wir können auch mal vielleicht Nachtsicht, aber bringt ja auch nix. Na, weil. Du bist ja ständig auf, ab, auf, ab. Ist auch Blödsinn. Lass mal ab. Ich wollte es halt mal benutzen, wenn wir es schon haben. Weißt du? So. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfragt, Leute. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier jetzt Sache ist gerade. Phase ist. Ehrlich. Hä? Ja, wo müssen wir denn hin? Was müssen wir denn rausfinden? Was müssen wir erkunden? Was ist unsere Mission, Leute? Warum ist hier niemand? Ich hab gedacht, hier geht's richtig ab. Hä? Also, es ist beeindruckend. Es ist mega cool. Es ist unglaublich atmosphärisch. Ja, ich finde, die haben das toll eingefangen. Dass das hier so halt, äh, ja. Ne? Ja, der Bereich halt für die oberen 10.000 war, sag ich mal. Haben die mega gut gemacht und mega gut eingefangen. Aber, ja, wenn, äh, wenn's nicht weitergeht, dann bringt mir das aber wenig, oder? Weißt du? Bringt auch nix, bringt auch nix, bringt auch nix, bringt auch nix, auch nix, auch nix, auch nix. Okay. So, dann wieder zurück. Hä? So. Ich bin halt auch irre irritiert, weil's hier keine Gegner gibt. Wisst du? Ich bin irre irritiert, weil es hier keinen einzigen Gegner grad gibt und ich weiß nicht, warum. Leute, ich weiß einfach nicht, warum. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ja, komm, dann geh mir erstmal wieder raus, oder? Das gibt's doch nicht. Da, da, da. So, hier vielleicht. Hat das irgendwas? Ist das ein Rätsel mit den Bildern, oder? Aber es steht ja auch nix auf den, ne? Es steht ja auch nix irgendwie auf den Schildern unter den Bildern, wo man sagen könnte, boah, das ist vielleicht ein Rätsel. Du musst vielleicht irgendwie bei den Bildern was machen oder irgendeine Reihenfolge rausfinden oder irgendwas. Hä? Ich raff's überhaupt nicht grad, ehrlich. Ey, ich raff's gar nicht, ne? Ich weiß nicht, was sie von mir wollten hier drin. So, wir gehen mal ein Stück vor. Wir gucken mal. So, da kommen wir nicht raus. Okay. Das ist doch irre, oder? Ja, da stehen Schuhe rum. Toll, wir brauchen keine Schuhe. So, da ist ein Computer. Hä? Leute, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht grad, was hier gefordert wird. Was wollen die von mir? Weißt du? Auf jeden Fall hab ich halt das Mega-Gefühl, dass ich irgendwas falsch mach. Was wahrscheinlich auch so sein wird. Definitiv. Ja. Aber... Ähm... Gehen wir nochmal da lang. Aber da war ja auch nix. Weißt du? So, jetzt sind wir wieder hier. So, weiter hoch geht's nicht. Da ist wieder der Eingangsbereich. Hä? Ja, oder das ist hier noch gar nicht fertig. Ich weiß, weil ihr wisst ja, Early Access und so. Ne? Ist hier irgendwas rum vielleicht? Keine Ahnung, was ist das? Ne, das ist noch ein Köfferchen. Ich hab keinen Plan. So, warte mal kurz, Leute. Hä? Ja, tut mir leid, dass das jetzt hier irgendwie so ein bisschen... Ja, lame ist grad. Aber ich... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich falsch mach. So hoch ging's ja auch nicht weiter, ne? Haben wir ja probiert. Da war nix. So. Gehen wir nochmal hoch. Hier ist, äh... Hier geht's nicht weiter. Dürfen wir nicht aufmachen. So, äh... Da geht's zum Ausgang. Und da ist blockiert. Also nochmal rein und nochmal gucken. Hä? Ich raff's nicht, Leute. Vielleicht kann man da auch noch gar nichts machen. Ich weiß es nicht. Herzlich willkommen zu der langweiligsten Folge Sons of the Forest bei der Vogelscheuche. Ich entschuldige mich vielmals, ja. Aber... Tauchen ist auch nicht, ne? Nö. Aber... Ich bin grad wirklich überfragt. Leute, das gibt's doch nicht, oder? Hier muss doch irgendwas... Irgendwas muss hier abgehen. Hä? Wo geht's da lang? Was muss ich tun? Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Klar, wir können hier unten jetzt ein bisschen rumtanzen, oder so. Aber wer will das... Erstens, wer will das sehen? Zweitens, das bringt uns nix. Ja? Hallo? Was da... Oh Gott. Was ist das für ein Hase? Achso, der hat nix mit uns zu tun, oder was? Ich dachte schon, das ist irgend so ein Triggerobjekt oder sowas, aber... Nee. Achso, deswegen der Munition. Ich dachte schon, der Hase wäre irgend so ein Triggerobjekt oder sowas. Müssen wir in die Tür? Nee. Schade. Aber scheinbar auch nicht, oder? Ja, Leute, ich... Keine Ahnung. Aber jetzt muss ja irgendwas... Das gibt's doch nicht, Leute. Es muss ja hier irgendwas geben. Mir gibt's hier ein Rätsel oder so. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keinen Plan. So. Irgendwas... Ist irgendwas dahinter? Nee, auch nicht. Ja, was ein Kack, oder? Leute, jetzt mal ehrlich. Ich hab keinen Plan. Was haben wir denn hier zu tun? Leute, das gibt es doch nicht. Ja, äh... Herzlich Willkommen mal wieder bei der planlosen Vogelscheuche. Hm. Da ist nix dahinter. Ist hier irgendwas vielleicht? Nö, auch nicht. Leute, irgendwas fragt mich nicht, was. Übersehe ich, glaube ich. Gehen wir nochmal da rüber. Ja, was soll ich sagen, hier ist... Ist ja alles toll und schön, weißt du? Aber... Haben wir nochmal die Taschenlampe geholt? Ich finde... Damit sieht man definitiv mehr... Äh... Als ich es mir im Nachsicht gereden habe. Leute, ich habe keinen Plan. Ich weiß es einfach nicht. Es tut mir leid. Oh, Taschenlampe leer. Scheiße. Wir hier rüber. Ins Eck bringen wir es auch nicht. Toll. Jo, Taschenlampe leer. Ich muss unbedingt mal wieder Batterien looten gehen. So, ich hätte... Als allererstes hatte ich gedacht, vielleicht ist hier hinten irgendwas, ne? Aber hier ist halt auch nix. Weißt du? Aber ich bin der Meinung, irgendwas übersehe ich. Vielleicht irgendwas mit den Bildern. Komm. Diese Bilder, die werden doch so unglaublich... Auffällig hier präsentiert. Da muss doch irgendwas... Müsste doch mit den Bildern sein, oder? Hm. Kannst du euch nicht sagen. Das ist alles merkwürdig. Na, äh... Das wollte ich gar nicht. Ihr wollt das? Ja, jetzt sind wir wieder hier. So. Äh, ich habe übrigens eine neue Maus. Die ist aber noch nicht so richtig eingestellt. Von der Geschwindigkeit her und so. Deswegen kann das sein, dass das heute ein bisschen komisch aussieht. So. Nee. Auch nix. Hier was. Nee, auch nicht. Also... Hä? Ich kapiere es wirklich nicht, Leute. Ganz, ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Haben wir schon irgendwas rausgefunden und ich habe es wieder nicht gerafft und wieder nicht mitgekriegt? Wie gesagt, also herzlich willkommen bei der langweiligsten Folge von Sons of the Forest hier auf meinem Kanal. Aber ich kann ja nix für, Leute. Wenn da nix ist. Weißt du? Was soll ich denn machen? Da sitzt ein Kultist rum. Okay, alles klar. Verstehe ich. Hallo, Herr Kultist. Guten Tag. Können Sie uns vielleicht weiterhelfen? Nee, ich glaube nicht, ne? So, wo kommen denn diese Geräusche her, bitte? Da müssen wir doch bestimmt hin, oder? Da, wo diese Geräusche herkommen. Aber, wo kommen die her? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist das blöde Badezimmer. Ach, was ist denn das? Kann man da durch, oder was? Nee. Oder? Ach Gott, bin ich bescheuert. Ach Gott, bin ich bescheuert, Leute. Ehrlich jetzt. Sorry. Mann. Was ist denn das? Möchte ich das? War es Stiefel collected? Taktische... Oh, was ist denn jetzt los? Hä? Was geht denn jetzt ab, Leute? Hallo? Was war denn das? Leute, was ist hier passiert? Hallo, hallo? Also, ganz ehrlich, jetzt mal. Dieses Nachtsichtgerät ist aber auch für die Katz. Was haben wir denn da aufgenommen? Warte mal. Irgendwas mit... Hä? Sekunde, Sekunde. Wir müssen mal gucken. Wir haben da irgendwas jetzt... Jetzt haben wir wieder die Goldrüstung an, oder was? Aber warum? Warum haben wir denn jetzt die Goldrüstung an? Und warum ist das hier so scheiß dunkel? Oh je. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Dieses Nachtsichtgerät, das ist aber auch für die Katz, oder? So, wartet mal. Ich drehe mal ein bisschen heller für uns alle. So. Alter, wo sind wir denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, Leute. Aber spannend, oder? Mega spannend. Ich hab das wirklich nicht gerafft mit dem, äh, mit dem blöden, äh, dass man durch den Dampf musste. Aber jetzt hat's ja Gott sei Dank noch geklappt. Oh je. Oh je, Leute. Wo gehen wir denn da hin gerade? Das sieht aber nicht so schön aus, oder? Vielleicht einmal kurz ne Runde trinken? Oh Gott. Ich hab echt Schiss. Ich hätt nicht gedacht, dass ich hier nach Outlast Trials zocken, doch noch so Bammel haben kann. Aber im Moment hab ich ein bisschen Schiss, dass ich hier irgendwo bin, wo ich vielleicht noch gar nicht sein sollte. Oder noch gar nicht sein möchte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und bisher, es war bisher auch wirklich viel zu easy. Ja. Sind wir ehrlich. Für den Luxusbunker. Oh Gott. Aber jetzt. Aber das sind wieder Fledermäuse, ne? Das sind, glaub ich, wieder Fledermäuse, oder? Oh Gott, Leute. Ich sag's euch. Wat ne Kacke. Ehrlich jetzt mal. Hallo? Ist hier jemand? Warum ist denn hier nix los? Wo sind denn alle? Hä? Ich versteh das grad überhaupt nicht. Dass hier nix passiert. Oh, ne Kiste. Das schon mal schön. Kiste? Ne, mal mit. Oder? Jetzt geh mal ein paar Batterien. Ken. Oh Gott. Ist das ein Seil? Ist das springen? Ich raff's nicht. Eklig. Eklig, Leute. Okay, alles klar. Wunderbar. Sehr schön. Toll, toll. So, Leute. Oh Gott. Es wird immer ekliger hier, oder? Okay. Das sagte ich mir, dass wir jetzt irgendwann mal hier kriechen müssen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Oh je, Leute. Da kommen jetzt auch die ersten Gegner, ne? Leute. Aber bevor wir die machen. Warte mal. Ein Stück zurück. Leute. Aber die machen wir dann in der nächsten Folge. Da geht's dann hier weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt und neugierig. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dankeschön fürs Dabeisein. Fürs Zuschauen. Und ja, sorry, dass es bis jetzt so langweilig war. Aber ich kann nix dafür, Leute. Wenn's hier erst losgeht. Ja? So. Ja, dann gerne Abo, Like, Kommentar. Da lassen. Würde mich mega freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss.